Technisch gesehen sind das noch unsere Flitterwochen. Wir sollten am Strand sein und... ...flitterwöcheln. Wer braucht schon eine Tropenhitze, wenn... ...er in eine Abfallentsorgungsanlage eindringen kann? Du bist zum Schießen. Sorry. Alarmsysteme deaktiviert. Du bist dran. Ich bin drin. Stadt, am Strand. Mich macht das auch nicht glücklich. Aber wenn Two-Face ausbricht... ...das können wir nicht ignorieren. ...je nachdem, wie weit der Strand weg ist. Wir müssen ihn einbuchten, Tim. Ja. Nein für allemal. Okay. Was haben wir hier? Sieht für mich nicht nach Abfallaufbereitung aus. Eher Geldaufbereitung. Säckeweise. Wach, Leute? Ich werde gut zu tun haben. Vorsicht da drinnen. Es ist jetzt anders. Du bist allein. Verlässt du mich etwa schon? Das meinte ich... Keine Angst. Ich pack das. Woher kommt das alles? Hat die Polizei das ganze Geld nicht... Da spielen wir die DLCs sogar in der richtigen Reihenfolge. Werken Batman und der Schöning in Gothenburg? Haben wir Bloodhavens Banken ausgeraucht? Schick. Diesmal hält uns keiner auf. Lass keinen einzigen Dollar zurück. Merkt doch niemand, wenn ich was einsch... Ich habe vom besten gelernt, ne? Okay. Ha. Finde ich sogar besser als den Greifwagen. Oh, da sind noch zwei. Oh, da sind noch zwei. Tim. Tim haben wir ja schon, äh... Im Hallequins Rache DLC gespielt. In Arkham City. Der... Sif. Oh, da ist ja auch ein Stabart. Mit so einer Nahkampfwaffe hinterlässt man halt keine Spuren. Das gesehen. Boah. Alle Gegner kommen zu mir. Ernsthaft? Was denn? Nichts. Barbara, ich weiß, wann dir was auf der Zunge brennt. Okay. Es ist nur... Du warst immer der gute Kopf, oder nicht? Guter Kopf, wie? Okay. Oh, und du bist nachher... Der Bettkopf, Barbara. Ja, ich kann's kommen erwarten. Snapflash, Punkt, Trittschuh. Das tanzst du da. Na super. Ich muss zum Vorarbeiter. Der wird wissen, wo Two-Face steckt. Und wo ist der Vorarbeiter? Ich kann's kommen. Was ist das? 2-Face steckt. Das ist... Zubere Joch fat spir bin. 1-Face steckt. Das ist bekannt. Dair. 신. Moderator. Ich bin. Moderator. Mann, wo muss ich denn jetzt hin? Ach da Sag ich das doch gleich Mal hätte ich mich hochkämpfen müssen Gut Gut Ich weiß Das ist das Schlimmste Schon gehört? Robin hat die Chippen in der Verbrennungsanlage fertig gemacht Er will zu Two-Face Dann muss er hier durch Das ist der einzige Weg Soll er nur kommen An uns kommt er nicht lebend vorbei Muss schon sagen Er hat Bumm Er ist durchgeknallt Hat so lange mit Batman gearbeitet Dass er sich für den Größten hält Dieser Psycho hat... Er ist durchgeknallt So lange mit Batman gearbeitet Wie geht's voran? Langsam Tim, lass das Du bist nicht er Das sagt mir heute jeder Ein Glück bist du es nicht Du bist besser Hm hm Fragt sich wo Ne? Du fühlst dich einsam Ich kenne das Den gerade vor uns blenden Dann Multi ausschalten Dann schnell das Geschützte ausschalten So müsste das eigentlich funktionieren Der Rest regelt sich dann von selbst Und dann eben so Das ist nur noch das Geschütz Ja, ich hab die Lautsprecheranlage gehackt Ihr könnt uns ein bisschen freiwillig aufgeben Schön, Mr. Dankbar Du darfst Half noch ein bisschen länger zuhören Ich wollte das ganz cool machen Batman brauche ich nicht Das ist gerade jetzt ein bisschen freiwillig aufgeben Das ist gerade jetzt ein bisschen freiwillig aufgeben geschafft ohne bett so wie tu fest halt hell und dunkel von wegen gut böse scheiße ich aber mit euch ob die wissen dass Batman nicht wirklich tot ist wahrscheinlich ich Ach, das gibt's doch nicht. Mit Robin teile ich mich ja schon im Arkham City. Das ist nicht schwer. Danke. Danke. Ah, von einem Ballschläger zum nächsten. Da hast du recht, aber ist das nicht... Das lief doch mal. So wird der Junge zum Mann. Es ist leider nicht von Dauer. Nein, Tim! Mutig war das bestimmt nicht. Eher dumm. Du bist nicht er. Warst es nie, wirst es nie sein. Tim, bereit machen. Sorry, Kid. Du schaffst das nicht allein. Das war der Ton vom Arkham Asylum. Bringen wir diesen Drecksack zurück zum Revier. Aus dem Strandurlaub wird nichts, oder? Nein. Die Flatterwochen sind wohl vorbei. Und das war es jetzt endgültig mit Batman Arkham Knight. Story 95%. Die Episoden haben wir auch alle gespielt. Ja, und ich kann nichts weiter sagen, als... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Und allen Väter einen schönen Vatertag.